Immer wieder geben die Royals selbst oder Insider Einblicke in das Privatleben der königlichen Familienmitglieder. So ist bereits bekannt, dass zum Beispiel Prinz George sehr strenge Bildschirmzeiten hat. Jetzt sickerte durch, welche Regeln es im Hause Cambridge noch gibt. Für Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis gilt Handy- und Tablet-Verbot so eine Quelle zu Us Weekly. Allen voran Herzogin Kate soll dabei sehr streng darauf achten, diese Zeit auf ein Minimum zu beschränken. Der Schwerpunkt wird in dieser Zeit auf Kunst und Handwerk malen und Dingen liegen, die nicht bildschirmorientiert sind, so Katie Nichol gegenüber O.K. Auch in Sachen Benehmen gibt es eines, was für das Zusammenleben der Cambridges wichtig ist. Schreien ist für die Kinder absolut tabu und jedes Anzeichen, dass sie sich gegenseitig anschreien, führt dazu, dass die Kinder voneinander getrennt werden, so ein Insider gegenüber The Sun. Das gilt natürlich auch für Prinz William und Herzogin Kate, die nach Streitsituationen ihr Kind herausziehen und ruhig mit ihm sprechen, anstatt es auf sein Zimmer zu schicken. Dinge werden erklärt und die Konsequenzen werden gezogen, aber sie schreien sie niemals an, so der Insider weiter. Das ist ein Schwerpunkt. Das ist ein Schwerpunkt. Das ist ein Schwerpunkt.